Wir gehen einmal in unserer Darstellung wieder einen Schritt weiter und nutzen dieses Mal die Tabellen. Wenn wir eine neue blanke Folie haben, haben wir die Möglichkeit, in unserem Blatt oben links, sehen wir das Tabelle einfügen, einmal drauf zu klicken und dann wird gefragt, was für eine Tabelle möchten wir einfügen. Die obere Spalte sind die Spaltenanzahlen, quasi das, was von links nach rechts geht. Da würden uns jetzt erst einmal drei ausreichen und Zeilenanzahl ist das, was von oben nach unten geht. Dort können wir ruhig auf 5 erhöhen, sagen OK und schon ist die Tabelle eingefügt. Also mit minimalem Einsatz haben wir jetzt das Maximum an Output erhalten. Hier oben bekommen wir zwei neue Register, einmal Tabellenentwurf, schauen wir uns gleich nochmal an und auch einmal das Layout. Das wäre jetzt eine Variante, diese Tabelle zu erstellen. Ich werde sie einmal löschen, denn wir können zum Beispiel auch auf Einfügen gehen, haben hier die Tabelle. Ich könnte jetzt hier draufklicken und dann bekommen wir in einer hübschen Ansicht auch nochmal angezeigt, wie diese Tabelle ausschauen würde, würden wir sie jetzt hier einfügen. Wir gehen jetzt mal auf zwei Spalten und machen fünf Zeilen nach unten. Ungefähr das, was wir eben auch hatten. Und nun könnten wir damit beginnen, die Tabelle einmal zu füllen. Das habe ich jetzt einmal durchgeführt und schon ist unsere Tabelle erstellt und fertig. Wenn wir dieses Vorgehen nutzen, wir sehen es jetzt auch hier zum Beispiel in unserer Navigation. Die Farbskala ist genauso, wie es standardmäßig vorgesehen ist. Wir haben überall eine Gleichmäßigkeit. Wir haben keine großen Farbunterschiede, sondern alles ist wirklich schön standardisiert. Was wir jetzt machen könnten, ich klicke einmal in die Tabelle hinein. Wir gehen auf Tabellenentwurf und hier oben haben wir auch verschiedene Layouts. Und wenn ich jetzt mit der Maus einmal nur drüber hufe, heißt ich gehe mit dem Mauscursor drauf, ich klicke nicht, bekommen wir eine kleine Entwurfsanzeige, wie unsere Tabelle mit dem entsprechenden Farbschema aussehen würde. Wir haben natürlich auch noch die Möglichkeit, den Rahmen zu modifizieren. Schattierung einzustellen. Wir können auch hier verschiedene Textfüller und auch Texturen eintragen. Die Stärke der Linie könnten wir bearbeiten. Also hier können wir das komplette Design, das komplette Layout der Tabelle bearbeiten. Wenn ich jetzt einmal auf Layout klicke, hier geht es eher um den Inhalt der Tabelle. Und auch hier sehen wir es. Wenn wir jetzt im Hintergrund irgendwelche Bilder haben, kann ich die Tabelle auch hervorheben oder eine Ebene darunter packen. Wenn ihr so etwas benötigt, könnt ihr das Ganze auch hier finden. Aber nehmen wir jetzt mal an. Ich möchte eine neue Spalte einfügen. Sei es jetzt hier zwischen den beiden oder auch nach unten, kann ich das Ganze hier über diese vier Icons machen. Diese Icons sind auch einmal tituliert mit Zeilen und Spalten. Hier finden wir das. Alternativ könnte ich jetzt vorgehen und sagen, ich gehe in meine letzte Zelle der Tabelle, drücke einmal die Tabulator-Taste und schon wird automatisch eine neue Zeile hinzugefügt. Mit der Tabulator-Taste können wir auch in die nächste Zelle springen. Und so können wir uns, ohne die Maus zu verwenden, von Zelle zu Zelle bewegen und auch neue Zeilen hinzufügen. Wenn ich jetzt aber, wir haben hier einmal die Spalte Schulungsinhalte und Dozenten. Wenn ich eine neue haben möchte, klicke ich entsprechend in eines dieser Bausteine und nun können wir einmal sagen, wir möchten links von unserer aktuellen Markierung etwas einfügen oder rechts. In dem Fall möchte ich das Ganze einmal rechts einfügen, klicke da wieder drauf. Wir haben unsere Spalte hier erhalten und das Schöne ist, es wird auch direkt automatisch formatiert, so dass wir hier in jeder Spalte denselben Abstand haben, kann ich natürlich auch verändern, wenn ich jetzt hier mit der Maus drauf gehe, mich einmal nach links bewege oder nach rechts bewege, dann kann ich auch alles so anpassen, wie ich es möchte. Also hier haben wir in PowerPoint die Möglichkeit, Tabellen und die entsprechenden Inhalte wirklich mit minimalem Aufwand hinzuzufügen, haben den maximalen Output und können auch wieder mit wenigen Mausklicks alles so anpassen, wie es für unsere Präsentation am besten ist. Bis zum nächsten Mal.